Im Fußball, für die Momente mit Ball, unterschied man bisher zwischen zwei sehr unterschiedlichen Spielideen, wobei das eine extrem das Positionsspiel und das andere das Vertikalspiel war. Also eine geduldige und eine ungeduldige Spielphilosophie, die beide sehr spezifische Verhaltensweisen zeigten. Natürlich kann man die meisten Mannschaften als gemicht bezeichnen, da sie bestimmte Verhaltensweisen aus beiden Spielstilen übernehmen, aber was uns heute interessiert, ist, dass sich eine dritte Spielidee auf hohem Niveau etabliert, die sich sowohl dem Positionsspiel als auch dem Vertikalspiel radikal widersetzt, da sie das Konzept der Spielsysteme völlig in Frage stellt. Diese Spielphilosophie ist der Relationismus, wenigstens wird sie vom skottischen Trainer Jamie Hamilton so genannt und er ist derjenige, der sie popularisiert hat. Auf Twitter findet ihr ihn, wo er die lesenswerten Artikel, die er auf Medium schreibt, weiterleitet. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Seinen Artikel kann ich nämlich nur empfehlen, unter anderem, weil ich so diesen Spielstil und dessen Hauptfigur kennenlernte. Diese Figur heißt Fernando Diniz, der Erfolgstrainer von Fluminense und seit kurzem auch Nationaltrainer Brasiliens, wo er als die Lösung erschien, um das LSA eine neue Dynamik zu verleihen, die seit mehreren Jahren bei Weltmeisterschaften frustriert, obwohl der Kader bei den letzten Turnieren zu den Besten gehörte. Aber der Grund dafür, dass Fernando Diniz für so viel Gesprächsstoff sorgt, obwohl er eigentlich nur ein Jahr lang Nationaltrainer sein wird, bevor Carlo Ancelotti die Auri Verdes übernimmt, ist, dass das Spiel seines Fluminense sich völlig von dem unterscheidet, was man in der Fußballlandschaft findet. Und dass dieses Spiel genau das zu sein scheint, was die Brasilianer brauchen, um sich mit ihrer Nationalmannschaft zu versöhnen, deren Spiel in der Heimat mehrfach als europäisch angesehen wurde. Europäisch, da auf dem Positionsspiel basiert, das, wie ich euch vor einigen Monaten in einem gewidmeten Video erklärt habe, unter anderem für eine rationale Besetzung der Räume sorgt, ausgehend von der durch das Spielsystem zugewiesenen Position. Also wenn du rechts außen bist, bleibst du es und kehrst zu deiner Position zurück, wenn dich eine Aktion in eine andere Zone gebracht hat. Und genau das mag Diniz nicht. Er bezeichnet sein Fluminense als appositionell und dies zu Recht. Nach Balleroberung ziehen sich oft fast alle Feldspieler auf eine Seite des Spielfelds, was an bestimmte Mannschaften erinnern könnte, die zu einem Vertikalspiel tendieren, wenn man das Bild einfriert, aber die Spielidee ist eine völlig andere. In meinem Fall, beim Vertikalspiel, geht es um eine klare definierte Struktur, damit bestimmte Spieler gegenpressen und zweite Bälle gewinnen können, wenn das Spiel forciert werden muss, was man angesichts der Tatsache, dass man schnell nach vorne kommen will, nicht zögert, während man im anderen Fall diese Nähe nutzt, um durch eine sehr lockere Struktur mehr Unberechenbarkeit zu bringen. Während die Innenverteidiger und der Mittelstürmer dazu neigen, ihre Position zu halten, ist die Position der anderen Spieler alles andere als vorhersehbar, da diese die große Bewegungsfreiheit verkörpern, die Denise fördert. Hamilton steht somit den Positionismus, ein Paradigma, bei dem die Spieler eine bestimmte Position einnehmen müssen, dem Relationismus gegenüber, bei dem es vor allem darauf ankommt, wie sich die Spieler in Beziehung zueinander setzen. Die Begriffe Jogo de Mobilidad, Mobilitätsspiel, und Jogo Functional, Funktionsspiel, die in Brasilien für diese Art und Weise von Fußball verwendet werden, haben mich persönlich sehr nahdenklich über das Wort Relationismus gemacht, da man sich nicht unbedingt den Ball zuspielen muss, um in Beziehung zu stehen, und daher finde ich mobiles Nahspiel passender und genauer als seine Pendant im Portugiesischen, auch wenn der Schlüssel doch in den Beziehungen liegt. Da es weniger diese Sorge gibt, den zugewiesenen Raum zu besetzen und die eigene Position nicht zu verlassen, passen sich Dines Spieler vor allem an den Ballträger an. Da dieser oft sehr nah ist, neigt er dazu, sich direkt woanders für einen Doppelpass anzubieten, was gerade bei einer größeren Beziehungsdistanz viel komplizierter wäre, da die Pässe tendenziell später ankommen und der Gegner somit mehr Zeit hat, zu reagieren. Die Nähe ermöglicht Dinge, die die Entfernung nicht ermöglicht, und ich werde sie Punkt für Punkt erklären, aber es ist mir wichtig, dass ihr das bereits im Kopf habt, da man so verstehen kann, dass hinter diesen Gruppierungen auf einer Seite des Spielfelds, die man bei Dines sieht, nicht nur die Idee steckt, Überzahl zu erzeugen. Es ist also kein Wunder, dass die Innenverteidiger, wenn sie den Ball haben, zu dieser Gruppierung zurückkehren, zumal es auch andere Möglichkeiten gibt, in dieser Situation fortzurücken. Unterschiede werden zum Beispiel oft gemacht, nachdem eine Esker-Dinie, ein Leiter oder eine Treppe auf Deutsch, gebildet wird. Diese Diagonale aus zwei Spielern auf derselben Passlinie ermöglicht nicht nur, einen dritten Spieler nach einem Doppelpass zu haben, sondern auch die Entstehung eines anderen Konzepts, das Corta Luz. Ein Wort für das Durchlasten des Balls zum Spieler am anderen Ende der Diagonale. Das ist natürlich eine großartige Aufrückmöglichkeit, aber es ist genauso nützlich bei Flanken in den Rückraum. Und wieder wäre es bei größeren Abständen ziemlich wahrscheinlich, dass der Gegner in solchen Situationen genug Zeit hat, um zu reagieren. Die Tatsache, dass Diniz' Mannschaften eher eine Seite als das Zentrum überlasten, begünstigt ebenfalls die Entstehung dieser Corta Luz, denn je vertikaler die Diagonale ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, da die Gegner sich zwischen dem direkten Spieler und ihrem Tor positionieren, hier also auf der Passlinie. Diniz hat aber nicht das Konzept des Doppelpasses oder des Corta Luz erfunden, aber er hat einen Spielkontext geschaffen, der es ermöglicht, diese Aufrückmöglichkeiten zu maximieren. Und vielleicht ist es genau dieser Spielkontext, in dem sich der brasilianische Spieler am wohlsten fühlt. Zumindest legt dies der Fall ganz so nahe, denn einige sogar für viel versprechender und talentierter als Neymar hielten, als sie damals bei Santos die Offensiven zusammenzündeten. Ganz so konnte aber in Europa die Erwartungen nie erfüllen, sowohl zuerst in Sevilla als auch später in Amiens. Ganz so wechselte dann kostenlos zu Fluminense, wo er seit der Ankunft von Fernando Diniz glänzt, was sogar Gerichte über eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft aufkommen ließ. Obwohl Ganz so PS spielen kann, die niemand anders erwartet und könnte, liegt er in Europa unter seinem eklatanten Mangel an athletischen Qualitäten wie die Beschleunigung, aber auch unter einer Spielphilosophie, mit der er nicht vertraut war, wie die kommende Szene es zeigt. Ganz so Spiel und geht, wie man sagt, aber ein Sonsi wird sich nicht für den Doppelpass entscheiden und das ist auch verständlich. Im Falle eines Ballverlusts könnte er die verschiedenen Aufrückmöglichkeiten, die der Gegner hätte, nicht blockieren, da er in der Mitte ganz alleine wäre. Es macht also Sinn, seine Position zu halten, aber man schränkt sich damit auch die Aufrückmöglichkeiten ein, was Fernando Diniz nicht will, also man rückt näher zusammen, um dieses Problem zu lösen. So lässt man dem Gegner weniger Raum über, um bei Ballverlust fortzurücken und wagt es gleichzeitig, sich woanders anzubieten, denn da unsere Mitspieler nah beieinander stehen, wird es sicher einen geben, der meine Bewegung ausgleicht. Aber auch wenn diese Nähe das Gegenpressing erleichtert, kann es sein, dass man sich so nicht wohl fühlt, was vielleicht auch ein Sonsis Entscheidung erklären könnte. Es ist nämlich möglich, dass er den Raum als nicht groß genug für Ganso einschätzte, um ihn auszunutzen, insbesondere weil ein Gegner hätte reagieren können, nachdem er den Laufbeginn vom Brasilianer sicher sehen konnte. Man könnte also a priori davon ausgehen, dass dieses mobile Nahspiel nur mit bestimmten Spielern funktionieren kann, die in ihrer Jugend enorm viel in kleinen Räumen gespielt haben, sei es auf der Straße und oder beim Futsal, daher das perfekte Match mit den brasilianischen Spielern. Seit dieser Saison zeigen aber Malmö und sein Trainer Henrik Rietström, sicherlich inspiriert von Diniz Fluminense, dass etwas Etendliches auch in Europa möglich ist und das mit vielen einheimischen Spielern, wobei Schweden nicht dafür bekannt ist, Spieler mit einem sozusagen brasilianischen Profil zu haben. Als ich das erfuhr, machte ich mich bei der Analyse dieser beiden Mannschaften auf die Suche nach anderen Vorteilen dieser mobilen Nähe als denen, die Jamie Hamilton populär gemacht hat und die ich bisher vorgestellt habe, wie zum Beispiel das Kortalus. Bevor ich auf die Vorteile der Mobilität eingehe, beginnen wir mit dem Eranziehen von Gegnern in erster Linie. Es ist nämlich sehr schwierig, sich nicht vom Ballträger anlocken zu lassen, wenn man so nah dran ist, was zum Teil der Grund dafür war, dass die sehr tiefe und enge Doppelsex von Decerbis Brighton lang dazu führte, dass Gegner zum Pressing kamen, was oft einen anderen Spieler freisetzte, weshalb viele der Unterschiede Malmö und Fluminense machen, auf dieses Phänomen zurückzuführen sind. Und auch wenn die Gegner sich bewusst nicht in die Falle tappen lassen, ist es oft nicht mehr der Fall, sobald ein Pass auf ihren direkten Spieler gespielt wird, da unser Reflex ist, sich in Bewegung zu setzen und dann setzt man im Falle eines Klatschs seinen Lauf fort. Diese Gruppierungen können in gewisser Weise auch andere Gegner anziehen, indem sie ihren Blick anziehen, denn zum Beispiel, selbst wenn die Abwehrreihe weiter vom Ball entfernt ist, ist sie immer noch relativ nah und das kann gerade nicht zu ihren Gunsten sein, wie hier mit dem Verteidiger deutlich wird, der vergisst den Raum zu verteidigen. Lassen sich die Gegner aber auch durch den Blick nicht anziehen, können sie in solchen Konfigurationen trotzdem häufiger verwundbar sein, da sie potenziell häufiger ihre Körperorientierung ändern müssen, denn kein langer Pass mehr auf die andere Seite ist dafür nötig. Die für das Nachschieben nötigen Reaktionszeiten machen diese Wendepunktmomente zu günstigen Situationen, um eine Lücke in der Verteidigung auszunutzen, insbesondere durch das Zurückspielen in die andere Richtung. Gegen den gegnerischen Strom zu gehen, wird nämlich einen weiteren Orientierungswechsel mit sich bringen, also einen weiteren Moment der Verwundbarkeit. Und der letzte Nettovorteil, den ich in dieser Nähe gefunden habe, ist, dass es einfacher ist, seinen Pass zu verstecken, da die Entfernung es ermöglicht, im Stand mit dem Außenriss oder mit dem Fußrücken zu spielen, und das überrascht, weil ein klassischer Pass mit dem Bein, das nach hinten geht und mit dem Körper, der bereits auf den Empfänger ausgerichtet ist, antizipiert werden kann, was bei einem Außenriss- oder Fußrückenpass eben gerade nicht der Fall ist. Und darüber, was die Mobilität betrifft, kann man erstens sagen, dass sie das Leben für die Gegner komplexer macht, die eben oftmals strukturtreu verteidigen, bis hin zu dem Punkt, dass sie die eigentliche Aktivität des Verteidigens vergessen, wie es in einigen Spielen von Malmö zu sehen war, wo, wenn der Flügelstürmer auf die andere Seite zieht, der Außenverteidiger weiterhin denselben Raum besetzt, obwohl er eher die Verschiebung der Abwehrreihe fordern sollte, damit es nicht an anderer Stelle zu einer Unterzahl kommt. Das ist was, das man in Spielen von Malmö mehrmals beobachten kann und vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass seine Spieler zu verlangen, eine starre Struktur einzuhalten, nimmt bei ihnen die Anpassungsfähigkeit weg, indem sie sich oft einfach an die Vorgaben halten werden. Vielleicht sind diese Nicht-Anpassungen auch auf kognitive Ermüdung zurückzuführen, denn gegen Malmö zu spielen bedeutet, dass man während eines Spiels immer wieder neue Situationen erlebt, während andere Mannschaften ein eher vorersehbares Spiel haben. Dieser Vorteil war für die Malmö-Spieler jedoch zunächst ein Nachteil, wie jemand bezeugte, der im letzten Winter während der Saisonvorbereitung an einem Training dabei war, bei dem diese mobile Nähe für die Spieler eben etwas Neues war. Die Tatsache, dass sie sich nicht wohl fühlten, hat wahrscheinlich mit dem kognitiven Aspekt zu tun, da sie es nicht gewohnt waren, so viele Spieler in unmittelbarer Nähe zu haben, so dass es viele hochwichtige Informationen zu berücksichtigen gab und Entscheidungen getroffen werden mussten, an die sie vielleicht schon lange nicht mehr gedacht hatten, da sie der Idee widersprachen, die starre Struktur beizubehalten, die bisher als das Mittel zur Maximierung der Chancen auf ein gutes Ergebnis gewählt wurde. Nicht zu vergessen, dass dieses mobile Nachspiel die Spieler, die am weitesten vom Ball entfernt sind, kognitiv fast genauso fordert, da der relativ kleine Abstand mit dem Ball für sie bedeutet, dass sie ganz plötzlich den Ball bekommen könnten oder sich bewegen müssen, um einen Mitspieler zu befreien. Schwedische Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich relativ schnell an diesen Paradigmenwechsel anpassen konnte, aber vielleicht entsteht auch ein Vorteil auf Dauer durch die stärkere Beanspruchung der weiter entfernten Spieler, wenn man bedenkt, dass Spieler eher lieber in der Ballnähe sind, da sie eben lieber am Spiel aktiv teilnehmen. Ob diese Revolution auch in weiteren Top-Mannschaften stattfinden wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es vielen europäischen Trainern schwer fallen würde, diese Spielphilosophie zu etablieren, aber nicht nur, weil einige sich ebenfalls gerne so wichtig wie möglich fühlen und alles, was dem Chaos etwas mehr Raum gibt, kritisch stehen, sondern vor allem, weil eine solch radikale Veränderung für die Spieler Zeit braucht und viel Zeit hat man als Trainer nicht. Einer sollte auch nicht vergessen, dass Malmö sicherlich einen oder den besten Kader der schwedischen Liga hat, deswegen ist es nicht sicher, dass dieser Spielstil den Spielern jeder Mannschaft auch auf hohem Niveau am besten gelingen würde. Vielleicht warten einige Trainer auch ab, ob dieser Erfolg auch gegen eine Mannschaft mit einem sehr guten Pressing, was eben in der Lage ist, ebenso positionell zu sein, immer noch dasselbe wäre, aber egal was passiert, wird sich das mobile Nachspiel immer damit rühmen können, dass es die Auswirkungen einer größeren Bewegungsfreiheit hervorgehoben und die Augen für eine neue Raumkonzeption geöffnet hat. Obwohl Eric Ten Hag und Julian Nagelsmann das Konzept der minimalen Breite populär gemacht haben, hat nämlich der Spielraum einer Mannschaft im modernen Fußball meines Wissens noch nie solche Extreme erlebt, obwohl mehrere Mannschaften nicht weit davon entfernt waren, als sie zeigten, dass sie in der Lage waren, den Ball im 9 gegen 9 auf einem ähnlichen Raum zu halten und dann das Spiel zu einem Dribbelkünstler zu verlagen, der den Unterschied im isolierten 1 gegen 1 machen könnte. Vielleicht würden diese Mannschaften am ehesten den Schritt zu einem hybrideren Fußball wagen, in dem sie zeitweise eine mobile Nähe annehmen, aber die Logik würde verlangen, dass es zuerst die südamerikanischen Mannschaften sind, die sich von dieser Entwicklung inspirieren lassen, die gerade gut zur Kultur verschiedener Länder des Kontinents zu passen scheint. Der argentinische Experte Jorge Valdano sagte zum Beispiel, dass die letzte Weltmeisterschaft sie wieder mit ihrer Kultur versöhnt habe und fügte hinzu, dass sie Europa nun nicht mehr als Vorbild sehen. Valdano freute sich vor allem darüber, dass die Improvisationsfähigkeit der Spieler der Albi Celeste bei diesem mobileren Spiel besser zu Geltung kam, als bei den vorherigen Turnieren. Eine größere Portion Kreativität kann vor allem dann der Schlüssel gegen einen tiefen Block sein, der ganz wenig Raum hinter und zwischen sich überlässt oder eher ganz wenig Raum für eine zufällige Mannschaft, denn Fluminense und Malmö sind es gewohnt, auf einer ähnlichen Anzahl von Quadratmetern zu spielen, wie es ein tiefer Block tut. Übrigens sind sie es auch gewohnt, mehr Breite auszunutzen, wenn sie sich dem gegnerischen Strafraum nähern und das ist vielleicht auch der letzte Vorteil, da Malmö und Fluminense im Gegensatz zu den Mannschaften, die sich auf das Positionsspiel verlassen, die gegnerische Abwehrreihe manchmal erst im letzten Moment auseinanderzieht, was für die Verteidiger ein echtes Dilemma darstellt. Mit den Fragen komme ich auch breiter, wenn die anderen Mitglieder der Kette mich nicht unbedingt sehen, vor allem weil sie auf den Ball schauen, der nicht weit vor ihnen liegt. Wenn ich mich so bewege, wie weit gehe ich? Und wenn es ein Nachschieben gibt, wie weit schiebe ich in Richtung des Außenverteidigers nach? Das heißt, jedes Mitglied der Abwehrreihe kann sich diesen Fragen stellen und da sind auch Momente der Schwere. Aber man muss zugeben, dass dieses mobile Nachspiel soweit sicherlich auch von seiner Seltenheit profitiert hat, da die Verteidigungen nicht an solche Szenarien gewöhnt sind, also man sollte sich vielleicht einige Fragen stellen, bevor man Diniz und Rittström kopieren möchte, denn auch wenn sich die Spieler bei dieser Art von Fußball freier fühlen können, glaube ich, dass einige von ihnen aufgrund ihres Profils den Erfolg eines solchen Paradigmas gefährden würden. Aber auch wenn letztere nicht ideal für eine erste Mannschaft ist, könnte es von Vorteil sein, ihm einen Platz in der Ausbildung zu geben, auch wenn nur einen kleinen, um die Entwicklung bestimmter Qualitäten bei der Jugend zu fördern. Die Zukunft wird zeigen, ob sich diese Spielphilosophie weiter ausbreitet und in der Premier League oder Champions League in ihrer höchsten Ausprägung erscheint, aber vielleicht könnte es schnell kommen, mit oder ohne Erfolg, wenn Diniz sie erfolgreich in der Seleção einführt und Ancelotti mit diesem Paradigma Brasilien zum Sieg bei der nächsten Weltmeisterschaft führt. Der Mensch kopiert nämlich viel, im Guten wie im Schlechten. Erinnahm.